Wir sind Hi5. Einer fehlt, beziehungsweise eine und das ist die Christine. Ja, hi, ich bin die Christine. Ich bin seit Mai dieses Jahres bei IDG, also quasi GameStar, GamePro und jetzt neu mit beim Hi5 Team dabei, mit den anderen Jungs und natürlich auch dem Mädel. Vorher habe ich eher so ein bisschen geblockt, habe immer mal hier und da ein paar Artikel ins Internet gehauen, viel, viel, viel Social Media und PR gemacht und freue mich jetzt wahnsinnig drauf, was Neues auszuprobieren. Als Christine hier bei IDG angefangen hat, da sah sie irgendwie noch ganz anders aus. Da war sie irgendwie noch, die Haare waren länger und brauner, bräuner. Und sie hieß Klaus? Richtig, aber das hat sie ganz gut weggesteckt, ehrlich? Weggestecken? Hier nicht wegstecken? Ja, das stimmt tatsächlich. Nicht, dass ich Klaus hieß. Ich heiße mich eigentlich Hans. Traurig, aber wahr. Ich habe immer unterschiedliche Haare. Früher mal braune Haare, mal schwarze Haare, mal blonde Haare, grüne Haare hatte ich auch schon. Momentan bin ich irgendwie so ein bisschen auf dem Rot-Trip hängen geblieben. Ich finde, das passt aber auch eigentlich ganz gut. Das kostet wohl fünf Euro, gell, Knie anfassen? Sorry. Und dann dachte ich, okay, das ist die neue da, diese braunhaarige. Und zwei Tage später war sie plötzlich rothaarig und kurz und mit Hütchen. Und dachte ich, schon wieder neue, was ist da los? Aber ich finde, das steht ihr zumindest viel besser, die roten Haare. Also das macht genau ihr Typ aus. Und ich finde sie auch da mehr frecher und und das ist so, so habe ich sie nicht nur eingeschätzt, sondern so habe ich sie dann halt auch kennengelernt. Also sie ist natürlich offen, super nett und ist aber halt auch so eine kleine Freche, die auch wie ich auch mal ihren Mund aufmacht, auch mal schmutzige Wörter in den Mund nehmen und deswegen verstehe ich mich mit ihr auch so gut. Und weil sie halt auch so auf so Gaming-Shirts und Gaming-Ketten und so vernaht ist. Endlich habe ich mal jemanden gefunden, der mit mir das teilt. Yay, Gaming-Shirts! Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, aber ich mag mein Gaming-Shirt. Super. Ja, ich meine, ich trage auch Gaming-Gadgets. Die sieht man nur nicht. Untenrum, ja. Ja. Der Prinz Albert. Der Prinz Albert. Der Prinz Albert. Grün. Zurück zur Christine. Was Christine auszeichnet, ist ihre Begeisterung für neue digitale Medien. Also die ist so richtig so, oh, E3 ist, komm, wir setzen uns in die Redaktion und gucken alle zusammen morgens um drei die Pressekonferenzen. Das gehört doch morgen auch noch. Da war ich tatsächlich ganz schön traurig. Ich kam hier neu in die Redaktion und dachte, ich finde hier Gleichgesinnte, die Lust haben, mit mir nach zum 3DE 3 zu gucken. Ja, letztendlich saß ich dann alleine vorm Computer und habe mir die E3 reingezogen. Aber ja, was tut man nicht alles für besonders tolle digitale Medien. Und die hat ja auch ein eigenes Gaming-Blog bzw. gehabt, das Zockwork Orange. Da schreibt sie auch immer noch für, also sie ist richtig so Feuer und Flamme für das ganze Ding, so richtig, das ist super. Sie bringt da sehr viel Euphorie mit rein, also sei es bei der GamePro, bei der GameStar oder jetzt auch bei High Five. Und das ist natürlich auch super wertvoll fürs Team. Und du hast gerade gesagt, sie hatte mal einen Blog und hatte auch mal eine Band. Richtig, richtig. Musik, Musik. Dickes, dickes Thema bei der Kleinen. Sie kann so gut singen und ich wünschte, ich könnte singen. Ich meine, ich würde überall singen. Ich würde sogar singen, meine Pizza-Bestellung aufgeben. Ja, Maxi. Nicht schon wieder das Thema jetzt. Ja, das stimmt tatsächlich. Ich habe in diversen Bands früher gespielt. Früher viel so, ja, Richtung Punkrock gemacht. Immer ganz böse ins Mikro gegrölt und möglichst versucht, ganz, ganz rau und böse zu klingen. Das hat aber nicht ganz so geklappt. Es war immer ganz lustig. Aber leider, leider, leider habe ich da in letzter Zeit nicht mehr so viel Zeit für. Wer weiß, vielleicht machen wir für High Five auch mal ein bisschen was Musikalisches. Ich bin auch so ein bisschen eifersüchtig auf Christine. Einmal wegen der roten Haare und dem Hütchen. Aber auch, weil ich mich damit gebrüstet habe, lange Jahre, Brüste, habe ich Brüste gesagt, im Fernsehen. War ja Brüste. Dass ich eigentlich immer ganz gut war bei Rockband und Guitar Hero. Und du warst wirklich gut. Mit der Beste, würde ich behaupten, in diesem bunten Medienhaus. Und da kommt sie und kann Plastikgitarre spielen und gleichzeitig auch noch singen. Das vermochte bislang nur ich. Sie kann Gitarre spielen und Schlagzeug gleichzeitig und singen. Oh ja, und hinten hat sie dann noch so eine Tour. Und so ein F-chen auf das Wort. Und Dr. Du. Das ist ihre absolute Lieblingsserie. Also da geht alles von T-Shirts bis in die Nacht schauen. Aber sie ist ja sowieso serienmäßig, ist ja sowieso super fit. Und da konsumiert sie, glaube ich, auch alles, was es gibt, oder? Also Seriengames. Musik, auch wenn du eine Frage zu Musik hast, geht sie zu Christine. Also die war halt mega Lexikon. Na ja, ganz so ein Lexikon bin ich jetzt auch nicht. Ich gucke auch nicht alles, das stimmt nicht so ganz. Aber stimmt schon, das ist eine Leidenschaft von mir. Also ich gucke wahnsinnig gerne Serien. Dr. Hu ist klasse, der zehnte Doktor. Klasse Typ. Was ist eigentlich Dr. Hu? Das ist so eine Kackse. Super, Maxi, vielen, vielen Dank. Ihre Musikbegeisterung sieht man ihr ja auch schon an. Sie hat ja dieses irre Tattoo auf dem Arm. Das ist irgendwie so ein Baum, der aus einer Musikkassette rauswächst. Wenn sie dann irgendwann mal in 10, 15 Jahren oder so Kinder hat, die wissen ja schon gar nicht mehr, was das ist da unten. Bäume? Bäume, genau. Also die Kassette natürlich. Ich habe einen Vorschlag, ich könnte einfach zum Tätowierer gehen und mir alle 10 Jahre was Neues da drauf tätowieren lassen. Also das nächste Mal kommt dann eine CD und eine DVD und eine Blu-Ray. Und ja, ein USB-Stick, dann kommen die auf jeden Fall hinterher. Ja, High Five bedeutet für mich zwei Sachen. Und zwar einmal auf der beruflichen Ebene finde ich es natürlich total klasse, was Neues auszuprobieren, Videos zu machen, total viel Quatsch den ganzen Tag lang zu machen. Und natürlich hoffentlich gefällt euch das auch, was wir dann machen. Also es ist wirklich eine Herausforderung, aber eben eine schöne, spaßige Herausforderung. Auf der anderen Seite muss ich einfach sagen, ich freue mich wahnsinnig auf High Five, weil ich bin so ein Junkie für digitale Kultur eigentlich, beschäftige mich gerne mit Serien, mit Musik, mit Videospielen, mit Filmen und freue mich wahnsinnig, das weiter an euch herantragen zu können. Und das ist für mich auch so der Inbegriff von High Five, also digitale Kultur, Entertainment, Spaß mit Freunden zusammen. Und das wollen wir euch gerne zeigen. Ach, ihr seid ja noch da. Coole Sache. Wenn ihr nur ein bisschen länger da bleiben wollt, dann könnt ihr hier auf der rechten Seite die Videos der anderen Nasen angucken. Hier zu meiner Linken findet ihr unsere beiden ersten Trailer. Aber das Wichtigste ist hier unten, nämlich der Abo-Button. Wenn ihr da drauf klickt, dann bekommt ihr demnächst alle High Five-Videos direkt auf eure YouTube-Startseite. Und dann sehen wir uns ein bisschen häufiger. Tschüss.